Wie wir unsere Programmierung erkennen und neu gestalten. Genau wie im Film Matrix sind wir alle programmiert worden. Und es liegt in unserer Hand, von was, wem wir uns programmieren lassen. Man muss erstmal realisieren, dass man auf einer gewissen Art und Weise immer programmiert ist. 5% deines Lebens bewegst du dich dahin, was du willst. 95% deines Lebens kommen von diesen schrecklichen Programmen im Unterbewusstsein. Weil das Leben, das wir führen, nicht danach geht, was wir wollen. Das Leben, das wir erleben, kommt aus dem Unterbewusstsein. Die Welt, die du siehst, ist eine Reflexion von dir selber. Alles fängt bei dir selbst an. In Matrix geht es darum, dass jeder programmiert ist. Und ich sage, das ist doch wahr. Denn jedes Kind, das geboren wird, wird in den ersten sieben Jahren programmiert. 6, 8, wir sind out of control. Sommernacht, heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu Staunter. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Selbstsabotage stoppen. Wie wir unsere Programmierung erkennen und neu gestalten. Wichtiges Thema, meine lieben Freunde, mal wieder von Dr. Bruce Lipton. Und ich habe eben schon im Stream gesagt, dass ich mich lieber gerade mit solchen Themen auseinandersetze, die einem wirklich auch helfen können, ein höheres Bewusstseinslevel zu bekommen, sich gut neu zu programmieren an der Stelle und einfach happier und glücklicher zu sein. Weil ich glaube, man muss die Veränderung sein. Und den ganzen Tag sich Dinge reinzuziehen, die schlecht laufen, tut einem Menschen auch nicht gut und bringt einen auch nicht wirklich weiter. Deswegen ziehen wir uns jetzt dieses Video rein. Gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, ein Kommentärchen schreiben. Und los geht's! Genau wie im Film Matrix sind wir alle programmiert worden. Das habe ich auch gestern schon gesagt. Wir sind natürlich alle programmiert so. Ist klar. Es gibt Leute, die auf den Trichter gekommen sind und sich selbst gesagt haben, okay, ich arbeite da jetzt dran, um die Programme in mir, die ich über mein Leben aufgesammelt habe und die ich mir beigebracht habe, wieder zu lösen und mir eventuell neue Programme. Aber wir sind immer auf eine Art und Weise programmiert. Aber es ist unsere Entscheidung. Und es liegt in unserer Hand, von was, wem wir uns programmieren lassen. Weißt du? Und das ist halt das, was wir realisieren müssen so. Man muss erst mal realisieren, dass man auf einer gewissen Art und Weise immer programmiert ist so. Von allen Dingen, die man sich reinzieht, von der Vergangenheit, von allen Leuten, mit denen man sich umgibt. Man ist immer auf eine Art und Weise programmiert. Das muss man an erster Stelle realisieren. Wenn du das realisiert hast. Abstauber HD 123 Tipp 2 Euro. Moin, kannst du mal Sura 78 Vers 33 aufschlagen und Dua machen. Abstauber TV, ich küsse dein Herz, Digga. Dua, Iden, man. Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Danke dir dafür. Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, ist, dass wir die Entscheidung in uns haben. Also wir selber treffen die Entscheidung. Und das Erste ist einfach zu erkennen, dass wir programmiert sind. Und dann zu entscheiden, okay, ich versuche die alten Programme aufzulösen, um mich neu gut zu programmieren. 70% dieser Programme besteht aus Selbstsabotage. 70% deiner Verhaltensweisen sabotieren dein Leben aus dem Unterbewusstsein heraus. Du fragst dich, was das bedeutet. Und ich sage, 5% deines Lebens kommen von der bewussten Kreativität, von Wünschen und Begierden. 5% deines Lebens bewegst du dich dahin, was du willst. 95% deines Lebens kommen von diesen schrecklichen Programmen im Unterbewusstsein. Du sagst vielleicht, dass du bemerken würdest, wenn du aufgrund schlechter Programme agiertest. Und ich sage, nein. Ich sage dir auch, warum. Warum nur 5% des Bewusstseins? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich, wenn ich mein Bewusstsein steige, generell, dass mir das immer mehr auffällt, wie ich auch Programme in mir habe. Und dazu tendiere, immer wieder gleich zu denken oder gleich zu reagieren auf Dinge. Und so, und das alleine zu realisieren, kann dir schon helfen, ein paar Prozent von diesem Programm loszuwerden, weißt du? Ich verstand es. Die Antwort ist einfach. Wenn du nachdenkst, ist der bewusste Verstand nicht mehr aufmerksam gegenüber dem, was um dich herum vorgeht. Denn Denken ist eine innere Beschäftigung. Wenn ich frage, was machst du nächste Woche Dienstag, dann liegt deine Antwort hier draußen, nicht in dir drinnen. In dem Moment, in dem ich darüber nachdenke, was ich am Dienstag mache, bin ich nicht aufmerksam. Was ist, wenn ich draußen herumlaufe? Halte ich an, wenn ich nachdenke? Denn ich will nicht gegen einen Baum laufen oder vom Weg abkommen. Nein, nein. Hier ist der Punkt. Wenn der bewusste Verstand nachdenkt, werden alle Verhaltensweisen auf Autopilot geschaltet. Und das ist, glaube ich, so, also, das sieht man ja oft, ne, meine lieben Freunde? Also, wie oft siehst du Menschen gerade in Deutschland so durch die Gegend laufen, die zombietechnisch unterwegs sind, so, die gar nicht richtig da sind. Du hast das Gefühl, die sind gar nicht da. Die laufen zwar aber und sind vor dir, aber die sind gar nicht da, so, weißt du? Und das ist bei allen von uns so. Und wir müssen halt trainieren, dass wir so oft wie möglich ins Hier und Jetzt reinkommen und die Dinge wahrnehmen um uns herum. Und nicht zu viel nachdenken, weißt du? Weil durch Nachdenken, es ist Nachdenken und zu viel zu denken, kann dir richtig wehtun, so. Weißt du, wie ich meine? Das kann dir richtig schaden. Du schadest dir selber damit. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder in den Moment reinzukommen. Deswegen liebe ich es auch, in der Natur zu sein. Umso mehr ich mit der Natur verbunden bin, umso mehr bin ich im Hier und Jetzt. Weil ich dann immer wieder fasziniert bin und dann hingucke und versuche, die Dinge wirklich wahrzunehmen, so, weißt du? Autopilot ist unterbewusst. Warum ist das wichtig? Wenn das Unterbewusstsein sein Programm abspielt, kannst du es sehen? Nein, weil dein bewusster Verstand gerade nicht aufpasst. Deshalb agiert ja das Unterbewusstsein. Ich erzähle in meinem Unterricht seit 20 Jahren dieselbe Geschichte, weil jeder sie versteht. Sie geht so. Ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben einen guten Freund hattest, der dir sehr nahe stand. Du kanntest deine Verhalten... Abstaubahd123 tippt ein Euro. Abstaubahd. Einfach mal ein Euro dagelassen, sagst du? Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für den Support. Liebe geht raus. Abstaubahd. Dann kanntest du außerdem die Eltern deines Freundes. Eines Tages stellst du fest, dass dein Freund sich so verhält wie seine Eltern. Also sagst du, dass dein Freund... Hey, Bill, du bist genau wie dein Vater. Und dann nimmst du Abstand von Bill, denn er entgegnet... Wie kannst du mich nur mit meinem Vater vergleichen? Ich bin überhaupt nicht so. Und beide lachen, weil sie sich sehr gut kennen. Ich sage, dass das aus folgendem Grund eine sehr wichtige Geschichte ist. Jeder andere kann sehen, dass Bill sich wie sein Vater verhält. Der Einzige, der es nicht sehen kann, ist Bill. Was ist der Grund? Als Bill nachgedacht hat, spielte er das Programm ab, das er quasi von seinem Vater heruntergeladen hat. Deshalb, wenn sich diese Verhaltensweise zeigt, sieht Bill es nicht, weil sein bewusster Verstand gerade nachdenkt. Warum ist das wichtig? Dies ist das Wichtigste, was ich dir sagen kann. Weil das Leben, das wir führen, nicht danach geht, was wir wollen. Das Leben, das wir erleben, kommt aus dem Unterbewusstsein. Aber wir sehen dieses Verhalten nicht. Wenn wir uns also selbst sabotieren, sind wir diejenigen, die nicht bemerken, dass wir das tun. Wir sehen lediglich das Ergebnis. Ich habe... Powerful, Digga, das ist powerful, Bro. ...heute nicht die große Liebe gefunden, nicht den besten Job erhalten, ich wurde heute nicht gesund. Und das ist alles, was du siehst. Da du nicht siehst, dass dies vom Unterbewusstsein verursacht wurde, entgegnest du auf die Frage, warum du nicht erfolgreich bist. Das Universum oder die Natur waren gegen mich. Ich bin... Ja, ja, man sucht immer Ausreden, ich schwöre es dir, anstatt selber die Verantwortung zu übernehmen. So, es kommt alles von dir. Die Welt, die du siehst, ist eine Reflexion von dir selber. Alles fängt bei dir selbst an. Du hast die Macht über dein Leben und dein Leben so zu steuern und so hinzubiegen, wie du es möchtest so. Du hast die Macht. Ich weiß, dass man die Macht hat so. Man kriegt es nicht immer hin, aber man muss das erst mal realisieren und dann langsam, langsam, Step-by-Step anfangen, sich in die richtige Richtung zu programmieren. Programmiert, in mir erinnert. Opfer. Ich bin ein Opfer der Natur. Ich sage, das ist das Problem. Es ist unser eigenes Verhalten, das uns sabotiert. Und wir sehen es nicht und fühlen uns deshalb als Opfer. Ich sage gerne, dass diese Geschichte, die ich erzähle, wie der Film Matrix ist. In Matrix geht es darum, dass jeder programmiert ist. Und ich sage, das ist doch wahr. Denn jedes Kind, das geboren wird, wird in den ersten sieben Jahren programmiert. Dort laden wir Verhaltensweisen herunter, indem wir andere Menschen beobachten. Die Jesuiten sagten bereits vor 400 Jahren, Überlasse mir ein Kind, bis es sieben Jahre alt ist, und ich gebe dir den Mann. Was sie meinten war, Das Programm, das ich dem Kind die ersten sieben Jahre geben, ist das Programm, das du abspielen wirst, um dir dein Leben zu gestalten. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Also genau... Crazy, oder? Im Film Matrix sind wir alle programmiert worden. 70% dieser Programme besteht aus Selbstsabotage. Im Film Matrix gibt es eine Stelle, wo eine rote Pille eingenommen wird. Wenn du die rote Pille nimmst, verlässt du das Programm. Hier ist die interessante Wahrheit. Red Pille, den Mann hat er da. Die rote Pille findest du hier auf meinem Twitch-Channel und auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall, wenn ich das so sagen darf. Die meisten von uns haben die rote Pille schon einmal genommen. Wann? Als wir uns verliebt haben. Denk darüber nach. Dein Leben ist sehr schlecht, jeden Tag das Gleiche. Es gefällt dir nicht. Dann verliebst du dich eines Tages. Alles ist anders auf einmal. 24 Stunden später lebst du im Himmel auf Erden. Der hat recht. Hat er recht. Sehr gute Analogie, wenn ich das so sagen darf. Dein Leben ist so wunderschön. Du bist so verliebt. Die ganze Welt strahlt. Du bist so glücklich. Da merkst du, es kann jederzeit immer alles anders sein. Es gibt kein Problem. Das ist der Flitterwochen-Effekt. Aber wie? Mein Leben war so schlecht und 24 Stunden, nachdem ich mich verliebe, befinde ich mich plötzlich im Himmel auf Erden? Denn die Wissenschaft hat bewiesen, dass sich zu verlieben genauso ist, wie die rote Pille zu nehmen. Du stoppst das Abspielen des Programms und beginnst, dein Leben selbst zu ordnen. Mit was? Dem bewussten Verstand. Also Wünschen und Begierden. Sobald du dich verliebst, hörst du auf, das Selbstsabotage-Programm abzuspielen und fängst an, mit Wünschen und Begierden selbst zu gestalten. Das ist so krass, was für eine Macht wir in uns haben. Und das könnten wir jeden Tag machen. Wer von euch kennt das, dass man an einem Tag alleine schon heftige Emotionen in eine gute Richtung und heftige Emotionen in eine schlechte Richtung haben kann? Das kann so switchen. Und wenn du das kontrollieren kannst, dann kannst du dich selbst auch so switchen. Und das ist halt die Kunst auf jeden Fall. Ja, super interessant. Ich habe mal gehört, dass wenn man Fernsehen schaut, dann werden die Schwingungen im Gehirn niedriger. Alpha. Alpha Waves. Und dadurch werden Menschen manipuliert wie bei einem Menschen, der zwischen 0 und 7 Jahre alt ist. Ja, das packt dich in so einen meditative state, Bro. Alpha Waves. Und Dinge gehen ins Unterbewusstsein rein, die du nicht mal richtig wahrnimmst. Siehst du ja auch manchmal, wenn Leute vor der Glotze sitzen. Und die sehen teilweise so aus, als ob die wirklich hypnotisiert sind gerade. Oder einfach in so einem meditativen Zustand sind und nicht mehr richtig da sind. Und dann fließen die Programme in dich rein. Aber das hat doch jeder von uns auch schon mal bewusst wahrgenommen. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt, wenn ich mir irgendeine Serie reingezogen habe und mich zu krass da rein vertiefe, dann hat das direkt einen Effekt auf mein Leben. Directly, Bro. Das Ergebnis? Der Himmel auf Erden. Was ist die so wichtige Schlussfolgerung hier? Wenn wir aufhören, die negativen Programme abzuspielen und anfangen, selbst durch unseren bewussten Verstand zu gestalten, schaffen wir statt 5% nun 90% bewusstes Leben. Warum? Weil unser Leben sich sofort verändert, in eine glückliche, gesunde Himmel-auf-Erden-Erfahrung. Deshalb ist das so wichtig. Solange wir vom unterbewussten Verstand aus agieren, werden wir zu Opfern des Programmes. Wenn wir aber aufhören, das unterbewusste Verhalten zu nutzen und aufmerksam bleiben, sorge dafür, dass dein bewusster Verstand präsent bleibt, dann wirst du zum Schöpfer. Wenn du dieser Schöpfer bist, was erschaffst du dann? Den Himmel auf Erden. Die einfache Wahrheit ist also die folgende. Und das, was wir hier gerade machen, ist auch Programmieren. Wir lassen uns gerade von guten, positiven Dingen programmieren. Ich merke das, wie das einen direkten Effekt auf mich hat, was ich mir im Stream reinziehe. Mit welchen Themen ich mich beschäftige. Das hat einen direkten Effekt auf mich und mein Leben. Weil das mich an Dinge erinnert. Und deswegen ziehe ich mir auch gerne solche Sachen rein, die mit Bewusstsein zu tun haben. Mit spirituellen Geschichten. Mit Gesundheit. Und mit diesen ganzen Sachen. Weil das hat einen direkten Effekt auf mich. Du bist das, was du konsumierst auf allen Ebenen. Und ja, ich will auch, dass die Leute, die mir zuschauen, einen positiven Effekt dadurch haben, wenn sie mir zuschauen, Bro. Weil das ist das, was man, glaube ich, was am wichtigsten ist. Dass man einen positiven Impact auf Menschen hat, die einem zuhören, die einem zuschauen, die sich mit einem umgeben. Mir am allerwichtigsten. Sich zu verlieben ist dieselbe wie die rote Pille zu nehmen. Denn es nahm dich aus dem Programm und gab dir die Kontrolle über deine eigene Schöpfung. Die Idee ist diese. Wenn du verstehst, wie du diese Kraft nutzen kannst, kannst du den Himmel auf Erden jeden Tag deines Lebens haben, solange du lebst. Denn wenn du weiter bei deinem kreativen, bewussten Verstand bleibst, ist das der Verstand, der dir Gesundheit, Glückseligkeit und Liebe bringt. Sobald wir anfangen, nachzudenken, kehren wir zum Programm zurück. Deshalb hält die Flitterwochenphase bei den meisten Menschen nicht lange an. Die Madag sagt, Positivität ist key, Bewusstsein ist key. Bewusstsein ist key, Bro. Das bewusste Sein. Was er sagt. Aufhören zu denken. Was ich auch damals gesagt habe. Anfang des Jahres habe ich ein Reel hochgeladen oder ein Short, wo ich genau das gesagt habe. Wir müssen anfangen, wieder von hier mehr ins Hier reinzukommen. Aber automatisch, wenn du im Herz bist, bist du bewusst und nimmst die Dinge wahr. Wenn du hier oben stattfindest, Bro, da kommt sowas wie Depression und Ängste und diese ganzen Sachen, die Menschen unten halten, die kommen nur aus den Gedanken raus. Du musst aus den Gedanken rauskommen, weil deine Gedanken können dich kaputt machen. Das ist Facts. Denn sie dauert nur so lange, wie dein bewusster Verstand präsent ist. Nach einer kurzen Zeit der Verliebtheit kommt der Alltag zurück. Dann musst du nachdenken über deinen Job, die Dinge, die du erledigen musst. Und sobald du anfängst nachzudenken, zieht sich der bewusste Verstand zurück und das unterbewusste Programm übernimmt. Dies sind die negativen Programme und deshalb verschwinden die Flitterwochen. Die wichtigste Botschaft ist, dass du das nicht mehr so viel zu tun hast. Also das ist für mich auch ein Prozess, der echt lange, also das ist natürlich, also ich will das nicht sagen, dass es lange geht, aber ich brauche auf jeden Fall eine gewisse Zeit, weil ich immer ein extremer Denker war. Ich habe mir immer über Sachen sehr viel Gedanken gemacht, sehr, 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 sehr viel. Und da loszulassen, das ist eine Challenge und deswegen gibt mir Gott auch immer wieder neue Challenges, wo ich damit konfrontiert werde. Und er mir zeigt so, Bro, du denkst wieder, du bist wieder in deinen Programmen drin, hör auf damit. Ich werde dir immer wieder Challenges geben, bis du es endlich verstanden hast. Und ich merke, wie ich besser werde. Ich merke, wie ich von Tag zu Tag besser werde, von Situation zu Situation besser werde und schneller loslassen kann und schneller wieder vom Denken ins Sein kommen kann. Es ist aber ein ständiger Prozess, es ist eine ständige Arbeit, es ist wie Fitness. Das hört doch nicht auf. Du musst dich darauf konzentrieren, dein Leben lang und dich selbst trainieren in die Richtung. Du bist also diese. Du bist sehr mächtig, wenn es darum geht, dein Leben zu gestalten. Das Einzige, was du nicht verstehst, ist, dass die ersten sieben Jahre der Programmierung jene sind, wo das Unterbewusstsein sich entwickelt und dies unsere Genetik, unser Verhalten und unsere Lebenserfahrungen bestimmt. Wenn du es schaffst, dich von diesen unterbewussten Programmen zu lösen, indem du einfach achtsam bleibst, schaffst du... Hast du recht, die Madag. Die Madag sagt, das ist auch der Grund, warum insbesondere Deutsche so negativ sind. Das ist ein Overthinker. Das ist wahr. ...dir plötzlich den Himmel auf Erden. Die Botschaft der modernen Biologie ist also, wie behalten wir uns, den Himmel auf Erden als Art zu leben, bei? Die Antwort besteht aus zwei Punkten. Erstens, präsent bleiben. Aber das ist sehr schwierig, weil wir... ...bewusstes Sein. ...viel nachdenken müssen. Zweitens, können wir die Programme im Unterbewusstsein verändern. Wir können neue Programme schreiben, statt die Programme zu behalten, die wir erhalten haben, als wir Kinder waren. Der Grund, warum das wichtig ist, ist, wenn du lernst, wie du dein Unterbewusstsein programmierst. Siehe es so. Was wäre, wenn du die Programme einsetzt, die du liebst? Programme, die dir Glück und Freude bereiten. Wenn du diese Programme in dein Unterbewusstsein programmierst, warum wäre das so wichtig? Siehe es so. 95% des Tages könntest du an was auch immer du willst denken. Dein Unterbewusstsein im Autopilot mit diesen neuen, für... Das ist powerful. ...programmen, würde für 95% des Tages... Im Optimalfall bist du 95% des Tages bewusst und die restlichen 5% sind positive Programme, wenn du in die Gedanken abschweifst, Digga. ...Kontrolle übernehmen. Und was würde es tun? Dir den Himmel auf Erden schaffen. Jeden Tag, jede Stunde, solange du lebst. Deine Freiheit besteht nicht darin, deine Genetik zu verändern. Mit Chemie und Drogen, diese Art von Wissenschaft. Deine Freiheit besteht darin, deinen Verstand zu verändern. Dein Kopf ist der Schöpfer und ihr seid sehr mächtige Menschen. Geiler Typ, man. Sehr starkes Video. Das ist immer schön, sich sowas reinzuziehen. Das ist wie eine Art Reminder, so. Man wird wieder daran erinnert, so. Weil ich habe schon viele Sachen realisiert, aber manchmal im Alltag geht es dann wieder verloren. Und ich finde es geil, dass man immer wieder sich Sachen reinziehen kann, die einen daran erinnern. Man braucht immer wieder eine Art Reminder, so. Und Dr. Bruce Lipton ist auf jeden Fall ein schöner Reminder. Gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, meine Freunde. Fand ich ein sehr schönes Video. Das sind genau die Themen, die ich nice finde. Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Geil. Bye-bye.